Hallo Naturliebhaber und solche, die es noch werden wollen. Schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Was dich bei mir erwartet? Nun, in erster Linie geht es um die Schönheit der Natur. Ich möchte euch Momente voller Emotionen und kleiner Alltagsfluchten bescheren. Euch begeistern für die Natur und den Umgang mit ihr. Es geht um Bushcraft und Survival Light. In naher Zukunft folgen Outboxing und Produktvorstellungen. Doch die Natur und das damit verbundene Abenteuer bleiben immer im Vordergrund. Willkommen auf meinem Kanal.